Jo Leute und ich hab jetzt mal einen neuen Chin und da könnten wir machen jetzt öfters Video. Ich bin so in love, ich bin so in love, ich bin so in love. Aha, ich bin ein verbrannter Muffin. Sau dreckige Hund gegen den Mann mit dem Hund's miserablen Rückenschmerz. Komm runter. Ich war letztens bei YouTube Deutschland unterwegs und ich wusste nicht, dass das so fucking behindert ist, aber ihr wollt echt nicht wissen, wie behindert wirklich YouTube Deutschland ist. Moin Leute, erstmal wieder mit einem neuen Video hoch. Und mein Kanal war lange inaktiv und ich glaube, ich hab die Videos auch gelöscht, die bis jetzt auf meinem Kanal waren. Aber ich möchte bald einfach ganz neu anfangen und ähm... Und ich freue michos.